Warum ist es in Deutschland eigentlich so leicht, Geld am Finanzamt vorbeizuschieben? Was sollen die doofen Fragen? Sind sie in ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt werden mir so eine Frage gestellt. Ich schaue ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Das ist eine untere Dreck. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas Dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredaktiv, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch gar Geld nicht weiß, wie es ist. Dreckschwein. Das habe ich noch nicht erlebt, du. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage zu stellen? Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund? Haben Sie einen Grund? Wie das zu sagen? Sie sind ein Dreckschwein. Dann hätten Sie mich gehört. Carsten Stahl. Ähm, ist gestern? Ja, gestern Morgen aufgewacht und hatte eine Verhärtung. Ja, gestern, 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 gestern.